Herzlich willkommen bei den Times & News vom Roten Sofa. Wir haben heute nur Hits für euch. Zuallererst endlich das neue Album von Benni und ich, Kapitel 2. Ich habe den Kram gemischt, deswegen kenne ich alle Songs schon in- und auswendig und das solltet ihr auch machen. Zwischen coolen Indie-Pop-Nummern, rockigen Sachen und ein bisschen Country, zwischen Bonnie im Kleid und einem witzigen Song über Bielefeld, alles dabei. Hört euch das unbedingt an, das macht richtig Laune. Auch richtig Spaß macht der neue Song von Ronja Malzahn, Mr. Doubtful. World Pop vom Feinsten gibt es auch ein wunderschönes Video dazu, das ihr euch nicht entgehen lassen wollt. Außerdem haben Kensington Road einen neuen Song, Pablito Pablito am Start. Cooler Indie-Rock, fast genau vor einem Jahr sind sie mit ihrem letzten Album Lumidor in den Charts gewesen und jetzt kommt wieder was Heißes. Nicht entgehen lassen. Auch was Neues am Start haben Pockets Full of Change mit Something New. Witziger, gute Laune, Folk. Viel Spaß mit der Musik. Ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub, deswegen gibt es keine Time Zone News, aber freue mich schon tierisch darauf, euch wieder coole neue Musik zu zeigen. Vielleicht melde ich mich mal aus dem Urlaub oder so. Bis dann, lasst es euch gut gehen, euer Daniel. Nochmal zurück. Ihr müsst dran denken, Corona-Jahr 2020 darf man nicht mitrechnen. Vor zwei Jahren war ein Kensington Road in den Charts. Lumidor könnt ihr euch erst nochmal anhören und dann natürlich die neue Single Pablito Pablito. Viel Spaß damit. Bis dann, euer Daniel. Bis dann, euer Daniel. Bis dann, euer Daniel. Bis dann, bis dann, bis dann, wir destrubird eins breast Controls nosandro스. Bis dann, bis dann, wiriy Mini. Bis dann, bis dann, wir." Bis dann, wir, bis dann, wir mais accessibility.